Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Es sind wieder zwei Wochen vergangen, aber auch das geht irgendwo mit auf meine Kappe. Aber wir müssen das gar nicht thematisieren, denn wir sind wieder da und das mit einem richtig geilen Banger zu Beginn. Natürlich aber, bevor ich jetzt sage, um was es dann wirklich inhaltlich geht, muss der Gast oder darf der Gast sich super gerne vorstellen. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. So wie Chris es gerade gesagt hatte, der gute Mann war im Urlaub, hat sich gegönnt. Ich habe mir das Außenband gerissen. War la Krise. Egal, wir sind am Start und das auch heute in sehr besonderer Art und Weise. Denn lange ist es her, dass der letzte Showdown einer war, der bis zum Champions-League-Sieg gegangen ist. Wenn, dann war das vielleicht mal zufällig mit dabei, aber ansonsten letzter STG-Showdown bis zum Champions-League-Sieg. Ich glaube im Dezember. Ja, Dezember. Das kann ganz gut möglich sein. Und dementsprechend schon einige Monate in der Vergangenheit. Heute sind wir wieder zurück und das Ganze nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch bei Dennis. Bei mir also ist es der FC Augsburg bis zum Champions-League-Sieg. bedeutet, es ist ganz egal, wer wie viele Punkte macht. Der, der eben als erstes die Königsklasse gewinnt, hat auch diesen Showdown dann gewonnen. Auf meinem Kanal dann selbes Prinzip, nur mit dem VfB Stuttgart. Das Überraschungsteam schlechthin neben Leverkusen in der aktuellen Bundesliga-Saison auch da bis zum CL-Sieg. Link zu Dennis' Video findet ihr auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr seht jetzt auch nochmal ganz kurz das Regelwerk eingeblendet. Und ansonsten ist es klar, nichtsdestotrotz, ihr könnt super gerne die Punkte auch mal zählen und das dann in die Kommentare schreiben. Denn es kann natürlich sein, dass Dennis beispielsweise die Champions-League vor mir gewinnt, ich aber vielleicht die Jahre davor einfach deutlich mehr Punkte geholt hätte in dem normalen Punktesystem. Es gibt auch noch hier einen kleinen Zusatz, es gibt keine Snipes. Aber einen weiteren Bonus für euch, denn wir müssen zwingend einen Spieler aus dem Anfangskader bis zum Ende behalten, welcher das ist. Dennis und ich haben schon mal gesprochen, es könnte Demirovic sein. Wenn sich da irgendwas ändert, kriegt ihr das ganze Thema auf jeden Fall mit. Und ansonsten Vollgas, es wird ein richtig geiler Schauner und das Maximum wird rausgeholt und ihr schreibt gerne auch die Punkte trotzdem dann mal mit dem Endstand in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall Liebe da, Daumen nach oben, Abo, Kommentar, volles Programm für euch, ein kleiner Klick. Das übernehme ich jetzt mal für Dennis, für uns eine riesen Unterstützung. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die erste von keine Ahnung wie vielen Sommertransferphasen. 20 Minuten, let's go! Hier sind wir dann also, die erste Sommertransferphase. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr, in welcher Saison gewinnen wir die Champions League? Meine Prediction ist Saison Nummer 5. Die erste startet jetzt. 20 Minuten in 3, 2, 1, let's go! Unsere Mannschaft stand jetzt in Bestbesetzung im Hintergrund. Die Formation werde ich wahrscheinlich ändern. Wir haben gute 19 Millionen. Ich habe ein paar Coaches eingestellt, habe bereits Spieler auf die Verkaufsliste gesetzt, habe auslaufende Spielerverträge verlängert, ausgeliehene Spieler zurückgeholt und vor allem Angebote bei Ermedin Demirovic geblockt. Denn er soll im besten Fall nicht nur Kapitän bleiben, sondern auch bis zum Ende der Saison in unserer Mannschaft und dann mit dem FC Augsburg die Champions League gewinnen. Was ja dann auch bedeutet, dass ich die Champions League gewonnen habe und damit den Showdown. Okay Leute, der erste Transfersummer beginnt. Die Zeit in 3, 2, 1, let's go! Wir haben schon ein bisschen was getan, um genau zu seinen Spieler auf die Transferliste verfrachtet. Man hat es ja am Anfang schon gehört, Demirovic wird sehr wahrscheinlich der Spieler sein, um den wir das Team bauen werden. Deswegen landet alles und jeder daneben auf der Transferliste. Viel Potenzial ist im Kader nicht vorhanden. Und der Einzige, der neben Demirovic bleiben darf, das ist Kevin Mbappu, weil er halt am Anfang geliehen ist. Es ist brutal. So viel passiert. Angefangen bei Belio über Goveleo, dann haben wir Engels verliehen. Wir haben ganz, ganz viele Abgänge. Nahezu ist der komplette Kader verkauft worden. Auf dem Konto stehen 106 Millionen, aber auch eine Menge Baustellen in den eigenen Reihen. Also gut, Udo Kaj, den werden wir behalten. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Mbappu ist ja eh nur ausgeliehen, deshalb auch eher safe. Genauso Demirovic. Aber alle anderen Positionen und damit 8 an der Zahl müssen wir jetzt mit den 106 Millionen irgendwie natürlich kompensieren. Klingt leichter, als es ist. Während die Verkäufe gerade im vollen Gange sind, kommt jetzt aber auch der erste Neuzugang. Und das, wir starten ganz hinten auf der Keeper-Position. Denn Finn, damit tauschen wir ein. 2 Millionen, 2,6 um genau zu sein, zahlen wir nochmal oben drauf. Und dafür kommt Frederik Rönnow von Union Berlin. Ich hatte erstmal überlegt, einen Ramirez, Moises Ramirez oder Wandelwort zu holen. Kandidaten, die wir ja schon immer aus Showdowns kennen. Das ist mir aber ein bisschen zu riskant mit der Gesamtstärke. Da muss man eben aufs Potenzial laufen, wie sich der Spieler entwickelt. Und bei Rönnow mit seinen 79 ist das nicht so ganz der Fall. Rückkehr in die Bundesliga für Jan Sommer mit der Schweizer Schokolade. 86er Gesamtrating kostet uns 14 Millionen. Nach einer Station Gladbach, München ist es jetzt die dritte. Also der FC Augsburg, wir haben eine neue Nummer 1. Gummi und 10 Millionen und damit legen wir nach mit Kerkitz als neuen Linksverteidiger. Also auch der Deal ist perfekt. Und Babu, wie gesagt, bleibt hinten rechts, hinten links dann Kerkitz. Und dass wir jetzt auch im Zentrum noch ein bisschen was Neues bekommen, gibt es ligaintern einen Deal, der jetzt in der Realität, glaube ich, schon fix ist. Zumindest weiß man, dass er seinen auslaufenden Spielervertrag nicht verlängern wird. Bei uns hat er den auch noch. Wir zahlen aber trotzdem 9 Millionen an den ersten FSV Mainz 05. Und sichern uns somit die Dienste von Leandro Barrero-Martins. Für gerade mal 8 Millionen Euro bekommen wir dann einen weiteren Spieler. Der zweite Neuzugang ebenfalls mit einem auslaufenden Vertrag. So wie Rönnow. Es kommt Tosin Adarabayo von Fulham. Und das, wie gesagt, für nur 8 Millionen. Absolutes Schnäppchen. Es klappt nicht immer alles. Bestes Beispiel Sergio Gomez. Der ist aktuell bei Manchester City. Ich dachte, vielleicht können wir den als Zehner umtrainieren. Aber neuer Innenverteidiger. Partner neben Udo Kai. Lucas Beraldo 14 Millionen. Und Javi Guerra 13,9. Und ich habe jetzt auch den Fokus drauf gelegt, keine Freigabesummen mehr mit reinzupacken. Keine Weiterverkaufsgebühren. Sondern einmal Planungssicherheit. Und vor allem kommt später dann auch wirklich genau das Geld, was man als Ablösesumme zur Übereinkunft hat, aufs Konto. Auch das hat uns, glaube ich, die letzten Male immer so ein bisschen das Genick gebrochen. Und man muss jetzt primär ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Hat aber hoffentlich hinten raus deutlich mehr Ertrag, als das, was man sich bei der Verpflichtung spart. Renato Tapia von Celta Vigo wird dann unser nächster Neuzugang für die Innenverteidigung aber geplant. Also der Partner von Adarabayo ist ZTM von seiner Hauptposition. Hat sogar ein Gameface sich gerade. Sehr verrückt auf jeden Fall. Wir planen ihn aber, wie gesagt, in der Innenverteidigung, wo er vielleicht sogar noch mal um eine Gesamtstärke steigen sollte. Und ich hoffe, diesmal liege ich auch richtig. Karrieremodus hat zwar wieder seine Tage, aber sei es drum, Leute. Wir lassen uns davon nicht aufhalten. Barriero Martins von den Mainzern soll unser nächster Transfer werden. Ein weiterer Liga-Interner. Wir tauschen Bejlo ein, den Stürmer aus Kroatien. Zahlen nochmal 4-5 Millionen um drauf. Und haben dafür ein sehr gutes Talent aus der Liga intern. Ander Bareneccia. Ich hoffe, ansatzweise richtig ausgesprochen. Spanier, ursprünglich aus der Liga, war hier mittlerweile zu Milan transferiert. Und jetzt 16,5 Millionen also von Milan zu uns. Und damit Flügelposition Nummer 1. Und Pedro de la Vega, ein alter Bekannter, was Sprint to Glories aus den letzten 2, 3 Jahren angeht. Absolutes Top-Talent. Wechselt also jetzt auf. Der 22-jährige Argentinier kostet uns 13 Millionen und kompletiert die Transferplanung auf dem Flügel. Und vielleicht auch schon unsere Ganze. Denn es wird zeitlich echt sportlich. Weiter, 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 Leute. Keine Zeit verlieren. Milos Kerk ist jetzt der Nächste von Bornnitz, das Ganze. Wir tauschen Iago ein, zahlen nochmal 6 Millionen Euro obendrauf. Selbe Gesamtstärke, aber deutlich mehr Potenzial. Das 3-Mitte-Feld sollte jetzt eigentlich auch stehen. Bestehend aus Barrero Martins, den wir verpflichtet haben. Arne Bayer, der erstmal bleiben darf im 1. Jahr. Und Samuel Ricci, bei dem wir jetzt Ruben Vargas eingetauscht haben. Nochmal ein bisschen Geld obendrauf bezahlt haben. Aber dafür eben mehr Gesamtstärke bekommen. Mehr Potenzial nach oben. Vargas sowieso, ZOM, also Position auch geändert. Vertrag nimmt Samuel Ricci an. Und damit fehlen nur noch 2 Flügelspieler. 4 Minuten auf der Uhr, knapp 5 sogar. Ey, das sieht nicht schlecht aus, Freunde. Ich bin ehrlich. Wird eine ganz enge Angelegenheit, aber nahezu eine Punktlandung. Und Sergio Gomez ist jetzt dann doch offiziell. Sergio oder Sergio ist ganz egal. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Er kommt also von Manchester City für 11 Millionen. Jetzt machen wir noch ganz kurz das Gehalt fix. Ist recht viel. Aber der Deal ist damit offiziell. Es ist noch eine Sekunde. Wir sind fertig. Let's go. So muss es sein. 20 Minuten. Perfekt ausgeschöpft. Jetzt heißt es noch, die ganzen Positionswechsel anpassen. Und natürlich euch sagen, wie wir diesen Deal noch ermöglicht hatten. Wir haben nämlich noch ein paar Spieler verkauft. Breithaupt, Cardona und auch Bauers hingegangen. Die haben wir einfach noch mal ganz kurz sofort akzeptiert. Da gar nicht lang rum verhandelt. Und somit hatten wir eben dann das Geld, um jetzt den Deal von Sergio Gomez und unsere komplette Transferphase am Transfer-Deadline-Day abzuschließen. Und ich glaube, ich habe keine Position verpasst. Denn wenn wir jetzt mal ganz kurz reingehen, sehen wir, dass das unsere Mannschaft in Bestbesetzung ist. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Ey Leute, es läuft echt, wie gesagt, unfassbar gut. Und Peppiel, ich weiß nicht warum, ich wollte den überall hinverkaufen. Frankfurt, Freiburg, irgendein Verein aus Florenz. Ja, Italien wollte ich gerade sagen. Verein aus Italien. Florenz war es. Nee, keiner wollte den irgendwie haben. Also er will nirgendwo hin. Keine Ahnung wieso. Weshalb, warum? Wir können ihn aber jetzt eintauschen und kriegen dafür Kucho Hernandez, der hoffentlich auf dem Flügel spielen kann. Uff Leute, wir sind so auf der Ziel geraten. Und ich dachte für einen kurzen Moment, dass ich keinen neuen Flügelspieler mehr finden werde. Wir haben jetzt noch 25 Sekunden auf der Uhr. Am Ende ist es Jamie Beino Gittens geworden, der sich auch noch um eine Gesamtstärke schon beim BVB verbessert hat. Umso besser für uns, denn ich glaube als linker Flügel, rechter Flügel, sollte er nochmal um eine Gesamtstärke oder zwei sogar steigen. Wie gesagt, für uns umso besser. Und damit ist es durch. Jensen verfolgt mich einfach durch die ganze Transferphase. Ich starte das Spiel gleich neu. Ich zeige euch aber kurz mit Jensen zusammen, den wir hier sehen können, die Mannschaft, die wir da kreiert haben. Ey Leute, mir tut es so dermaßen leid, dass mein Karrieremondus immer so spackt. Aber wir versuchen das Ganze mal trotzdem. Rönne um Tor. Wissen wir ja bereits, Adorabayo, Tapia, neue Innenverteidigung. Kerkis oder Kerkash hier als Linksverteidiger. Wir haben ein Dreier-Mittelfeld. Meier ist geblieben, Ricky und Barrio Martins neu dazukommen. Demirovic, der Star, der hoffentlich bis zum Ende zum Champions League mit am Start bleibt. Und Beinu Gittens und Kuccio der Landes, der auch mal wieder viel länger braucht als in vorherigen Showdowns, um auf dem Flügel umtrainiert zu werden. Soll die Flügel bilden, ist aber halb so wild, weil wir haben keine richtigen Flügelspieler als Ersatz. Also denke ich mal, wird er eh eingesetzt werden. Sei es drum. Wir kommen nicht zur Snipe-Phase, sondern zum Vorstellen mit Chris. Ich bin gespannt, was er so gemacht hat. Wir sehen uns ja gleich. Die erste Sommer-Transfer-Phase liegt also hinter uns. Kurz und knapp, denn das Video wird wahrscheinlich lang genug gehen. Wir gehen kurz unsere Transfers durch. Allerdings ist Dennis der Gast. Es ist die erste Transfer-Phase und deshalb darfst du als Gast natürlich rein starten. Ja, die obligatorische Frage hast du noch vergessen. Ja, die bedeutet, wie ist die Antwort? Die Antwort ist eine 8. Oh, ja, da ziehe ich gleich. Ich habe auch 8. Finde ich gut. Okay, ich habe eine neue Nummer 1. Ich bin aber einen anderen Weg gegangen. Kein Wandewort oder Moises Ramirez, sondern Frederik Rönneau, Liga-intern von Union, von unserem Kryptonite sozusagen auch bekannt. Zwei neue Innenverteidiger, einer ist ein richtiger, Adorabayo, einer ist ein ZDM, Renato Tapia, auch so ein bisschen Rönneau-Type, auch schon ein bisschen älter. Neuer Mittelfeldspieler, Liga-intern, Barreiro Martins. Dann neuer Linksverteidiger, Milos Kerkis. Neuer Sechser, Samuel Eriki. Neuer Flügel, Kutschur Hernandez und Beino Gittens. War das schon 8? Das waren, glaube ich, 8, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Okay, tatsächlich gibt es, ich glaube, zwei Transfers, die wir übereinstimmend haben. Zwei. Ich habe eine neue Nummer 1, ich habe kein Rönneau, ich habe aber auch einen noch älteren Routinier, ist eine Bundesliga-Rückkehr nach Gladbach und München ist es Jan Sommer. Oh, Jan Sommer, Digga. Nein, der hat sogar eine 86 mittlerweile, der dumme Hund. Ja, einfach 14 Millionen musste ich zahlen, aber ich dachte, Torhüter ist wichtig. Ja, aber also so. Weiter geht es an Innenverteidigung. Ich habe Lukas Beraldo geholt von Paris Saint-Germain. Ich habe dann, und das ist die erste Übereinkunft, Milos Kerketz, 12,5 Millionen, plus Tausch hier Rupert Gumni. Dann habe ich Javi Guerra als neuen Sechser oder Achter daneben und das ist die zweite Übereinkunft, Lerandro Barrero-Martins. Ich habe dann Sergio Gomez als eigentlichen Linksverteidiger auf die 10 umtrainiert und den zuvor natürlich von City geholt. Was kriegt der da? Plus zwei, von einer 74 auf einer 76. Okay, okay. Ja, genau. Und Flügel 1 ist Pedro de la Vega und Flügel 2 ist Ander Barennexia. Oh, ein guter alter Name. Wie auch immer. Genau. Klassiker. Jawohl. Also, das Gute ist, wir dürfen ja all unsere Spieler behalten. Dementsprechend sieht das mal ganz gut aus. Mein Saisonstart war eine bodenlose Frechheit. Ich bin im Pokal gegen Rot-Weiß Essen raus. Ich habe noch keinen Sieg. Ich bin, ja, bodenlos unterwegs, aber die Punkte zählen ja nicht. Von daher, wir gehen ans Ende der Saison. Dennis, oder? Wenn du so weit ready wärst und dann probieren wir das Beste. Kurz und knapp am Ende der ersten Saison angekommen. Es war ja klar, dass wir nicht die ganz großen Bäume rausreißen. Nichtsdestotrotz, 44 Punkte bei mir. Reicht für Platz 12. Drei Punkte mehr, ich wäre Achter. Vier Punkte mehr, ich wäre Siebter. Es ist alles eng beieinander. Mit dem Abstieg habe ich aber nichts zu tun. Und ich hoffe, du auch nicht, Dennis, mit deiner Truppe? Ja, es sind elf Punkte. Also, es ist auf jeden Fall ein bisschen was Polster nach hinten. Ich bin ein Platz besser als du. Habe aber auch nur 40 Punkte auf dem Konto. Acht Punkte mehr und ich bin Achter. Nee, Spaß. Also, da geht nach vorne wirklich nichts. Der Siebter hat 53 Punkte. Das ist ja der erste internationale Platz. Da sind wir ein bisschen weit von entfernt. Ja, zehn Unentschieden an der Zahl. Bisschen zu oft Unentschieden gespielt. Bisschen zu oft knapp verloren und unnötig verloren. Also, zwei Niederlagen in Folge gegen Darmstadt und Heidenheim. Dazu noch Bochum. Das sind so mit die letzten drei schlechtsten Teams der Liga. Muss halt nicht sein. Wenn du da gewinnst, bist du vielleicht international. Ja, definitiv. Aber es ist halt, was nicht ist, kann hier noch werden. Also, ich meine, Platz elf, Platz zwölf ist in Ordnung. Also, wie gesagt, zählt gerne die Punkte, denn genau deshalb gehen wir das auch für euch nochmal so detailliert durch. Dortmund gewinnt bei mir den Pokal. Runde zwei. Einstiegsrunde habe ich gegen RWE 1-3 verloren. Das war ja schon bekannt. Bei dir ging es... Stark. Gegen Hoffenheim im Finale. Ich bin auch in der ersten Runde direkt gegen Leipzig mit 4 zu 0 geflogen. Okay. Heißt also, auch da sind wir im Gleichschritt. Gibt keine Punkte. Gibt es welche für die Trainer des Monatspreises? Bei mir nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also, würde mich stark wundern. Nö. Ja, gut. Bei mir auch nicht. Bleiben wir also auch da. Gleich, ja, Spiele ohne Gegentor. Habe ich eine 4 Bayern Sommer stehen. Kann ich dir auch anbieten von Röno. Oh, okay. Dann gehen wir rein. Das, obwohl Röno nicht nur einen Einjahresvertrag hat. Weißt du, der will auch bleiben. So, der hat schon bei mir wieder ein bisschen verlängert. Der hat jetzt Bock. Der will einen einstädigen Tabellenplatz im nächsten Jahr. Vorlagen habe ich 7 von Meier. Okay, habe ich 13. Sergio Gomez. Und Tore Kuchu Hernández, 17. Dann habe ich 15 mit Ander, Baren, Nexia. Stark. Jemirovic, 10 Tore, 5 Vorlagen. Müsst dann, glaube ich, komplett gleich sein, oder? Bei uns, wenn mich nicht alles täuscht. 10 Tore, 5 Vorlagen? Ne, also ich habe 9 Tore, 6 Vorlagen. Ach so, ja, selbe Scorer. Ja, okay. Ich dachte, die Punkte, wenn man jetzt Punkte zählen würde. Du hattest in der Liga einen mehr. Dafür habe ich einen in der Statistik. Ne, stimmt gar nicht. Ich glaube, du müsstest noch mit einem Punkt führen. Ja, ich glaube auch. Ne. Ist auch egal. Ja, keine Ahnung. Völlig Wayne. Ne, ne, doch. Ich glaube, du hast... Ne, doch. Ach, keine Ahnung, Alter. Du bist der Punktemeister. Ich sage gar nichts. Ja, ist auch egal. Ist also völlig Wayne. Wir beenden das erste Jahr, springen ins zweite. Und da seht ihr uns wieder in der Konferenzhaltung. Und jetzt wird es wahrscheinlich lange nicht mehr die großen Umbrüche geben. Denn man muss natürlich auch schauen, dass man punktuell die noch in Anführungszeichen schwächeren Spieler eben zu richtig guten macht. So, Leute. Angekommen in der zweiten Saison. Machen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders. Chris und ich, wir hören uns gerade auch gegenseitig. Also wir gehen jetzt nicht hier irgendwie einzeln in die Transferphasen. Weil wir haben ja so oder so keine Snipes. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen interessanter, auch mal für den anderen zu wissen, was der andere so treibt während der Transferphase. Und dazu werden wir wahrscheinlich eh nicht jetzt Bäume rausreißen können. Ich glaube, ich habe 27 Millionen. Chris hat 25. Also, ja, auf jeden Fall mein erster Neuzugang. Kommen wir dazu. Anna Mayer wird eingetauscht. Bisschen Geld oben drauf. Und dafür kommt Enzo Leodis von Udi Las Palmas. Ja, gutes Talent. 78er Gesamtstärke. Und fast die 80er im Kollektiv dann bald. Wie Dennis gerade schon mal angesprochen hatte, hatte ich 25 Millionen von vornherein. Da kommt ein bisschen was drauf. Wir haben Lubick und Deleuwe. Ja, Deleuwe, wie auch immer, waren Jugendspieler jetzt verliehen. Dann Colina. 6,1 Millionen. 12 Millionen von Napoli für Arne Engels. 17,8 von Bettis für Udukay. Und 18,4 zahlt Wolfsburg für Mpuku. Ja, den musste ich erstmal verleihen, weil der eine Laie gefordert hat. Habe die dann abgebrochen, um ihn jetzt zu verkaufen. 69 Millionen also auf dem Konto. Und Baustellen auf der Innenverteidigerposition. Mehr oder weniger. Denn wir haben tatsächlich hier noch Patrick Pfeiffer, der dafür reinkommen könnte mit einer 75. Will ich aber ersetzen. Und hinten rechts war sowieso klar, nach dem Abgang von Mbappu brauchen wir auch einen neuen Rechtsverteidiger. Und dementsprechend sind das jetzt unsere Pläne. Neuer Rechtsverteidiger, Haken dahinter. Jan Cuoto, ehemals Girona, ist ausgeliehen gewesen. Der Spanier von Manchester City. Dort ist er jetzt zurückgekehrt. Hat eigentlich einen auslaufenden Vertrag. In dem Fall allerdings nicht mehr. Nichtsdestotrotz nur 33 Millionen. Und genau das gleiche Geld haben wir jetzt auch noch übrig, um den neuen Innenverteidiger zu holen. Und ich muss erstmal die Post holen, wie ihr gerade gehört habt. Neuer Innenverteidiger, Jared Branf-Wade. Ich hoffe, ansatzweise so wird der irgendwie ausgesprochen. Zuletzt ja im Merseyside-Derby als Everton-Spieler gegen Liverpool getroffen zum 1-0. Und man hat ja auch das Derby dann für sich entscheiden können. Also die Toffi ist recht erfolgreich. Wir zahlen 26,7 Millionen, profitieren von dem auslaufenden Spielervertrag. Und haben nach Jan Cuoto jetzt unseren Innenverteidiger beide Baustellen behoben. Und sind offiziell fertig. Aber Dennis noch nicht. Bei dem geht es jetzt direkt weiter. Zurück am Start also in der zweiten Saison. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich war kurz zurückgeworfen durch einen neuen Bug. Also nicht diese komischen Anzeigen mal wieder. Also ich habe einfach das Bug. Karrieremodus FIFA, EAFC, 24-Whatever-Spiel. Wir holen auf jeden Fall nicht Serginio Dest, bei dem es gebackt hatte. Sondern Jordan, ich kann den Namen schon gar nicht aussprechen. Tetsay, Tetsay, wie auch immer ausgesprochen wird. Von der PSV Eintorven, dem bald amtierenden Meister aus den Niederlanden. Tauschen da noch Robert Gummi ein. Zahlen ein bisschen Geld oben drauf. Also ein bisschen Geld. 18 Millionen Euro. Haben damit auch kein Geld mehr auf Konto. Verkaufen will ich niemanden mehr. Und damit sind wir durch. Nach zwei Transfers. So Leute, wir sind angekommen beim Spielervorstellen. Eigentlich müssten wir das ja nicht machen, wenn mein Spiel nicht abgekackt wäre. Also ich habe nicht wirklich viel mitbekommen, was Chris so gemacht hat an Transfers. Deswegen, er ist jetzt eh dran mit Vorstellen. Das heißt, schieß gerne los, Bruder. Wie viele Spieler? Wen hast du geholt? Erzähl mal. Ja, bei mir sind es zwei, wie bei dir auch. Ich habe ja in der Defensive was machen müssen, anstelle von Mbappu. Und ich habe eben auch Udukai verkauft. Somit hinten rechts Jan Kuoto. Kuoto, wie auch immer. Kuota. Nee, Kuota. Kuota. Wen meinst du denn? Ja, der von Girona ehemals, mit dem pinken Haaren da. Achso, achso. Jan Kuoto oder Kuto. Ja, 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 ich weiß, wer du meinst. Auf jeden Fall, der kam von Manchester City, war ja von den Citizens an Girona ausgeliehen. Kann der Rechtsverteidiger spielen? Ja, RAV. Ich habe zehn Wochen, hat es jetzt gebraucht. Das habe ich ein bisschen weiter nach vorne symboliert. Check, check, check. Und dann noch Jared Brandt-Wade. Brandt-Wade, wie auch immer, von den Toffees. Genau. Guten Namen auf jeden Fall. Ja, meine Transfers, weißt du ja, ne? Lodis, Tedse, safe. Ja, genau. Jawohl, perfekt. Dann sind wir eigentlich auch schon ready. Denn mehr gibt es ja nicht. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren, außer einer von uns, hätte einen mega Umbruch vor. Dann werden wir auch so wieder zusammenbleiben in der Konferenzhaltung für euch mehr oder weniger. Wir aber eigentlich immer beisammen. Von daher gar kein Stress. Saison 2. Wir spielen nicht international und simulieren damit jetzt ans Ende der Saison. Vielleicht ändert sich das ja schon mit der dritten Spielzeit. Hier sind wir zurück. Ein zweites Mal schauen wir also auf die Abschlusstabelle. Nach dem letzten Jahr 11 und 12 ist es jetzt bei mir zumindest Platz 5. Deutlich besser, 20 Punkte mehr. Ja, also nächstes Jahr Europa. Geht es für dich auch auf die europäische Bühne? Yes, also unentschieden sind fast wie im letzten Jahr. Da hatte ich glaube ich 10, dieses Jahr sind es 9. Aber viele, wie ich auch letztes Jahr erwähnt hatte, unnötige Niederlagen in Siege umgewandelt. 16 an der Zahl, 57 Punkte auf dem Konto. Ja, ab Platz 5 beginnt so die 60er-Punkte-Marke. Da habe ich leider noch nicht viel mit zu tun. Musste auch eher nach hinten gucken. Ein Punkt abschnauf Wolfsburg, drei auf Hoffenheim. Leverkusen sogar nur neunter. Also völlig crazy. Und was ich erwähnen wollte, in meiner Bundesliga haben original 24 Punkte gereicht, um die Liga zu halten. Der letzte hat 22, Bremen als 17. hat 23, der HSV ist letzter geworden. Mainz mit 23 geht in die Relegation. Und Hertha, Heidenheim und Stuttgart haben auf 15, 14 und 13 24, 27 und 29 Punkte. Okay, also das ist echt crazy. Bei mir hat Schalke 23 ganz unten, Hannover 24, Platz 17 und Köln auch 24. Reicht nicht ganz, um die Klasse zu halten, aber eben für die Relegation. Vielleicht dann doch auch für den Klassenerhalt. Ich habe, wie gesagt, 64 Punkte. Frankfurt hat 81 und ist damit deutscher Meister hier bei mir. Pokalsieger ist bei dir wer? Weil das macht es ja dann abhängig tatsächlich, ob es für dich nächstes Jahr in die Euroleague oder nur Conference League geht. Ja, tatsächlich, egal ob ich gewonnen oder verloren habe. In dem Fall das Pokalfinale. Es wäre so oder so die Europa League geworden, denn der Gegner war der FC Bayern. Und die sind ja Meister geworden bei mir, sogar noch dominanter als Frankfurt bei dir. Logisch, es sind ja auch die Bayern. Ja, deswegen, also Europa League war klar. Halbfinale davor, Wolfsburg, St. Pauli, Mainz und in der ersten Runde Hertha. Ja, ich hatte in der ersten Runde Bochum und habe natürlich mal wieder verloren. Gewonnen hat tatsächlich bei mir im Finale Heidenheim gegen Gladbach. Also der erste FC Heidenheim spielt nächstes Jahr international. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal darauf achten. Ja, und es ist tatsächlich keine Erstligamannschaft mehr. Vielleicht wird sie das wieder, aber bei mir sind die im ersten Jahr abgestiegen. Wir sind sogar jetzt immer noch drin, also zwei Jahre in Folge nicht abgestiegen. Okay, ich schaue mal auf die zweite Liga. Heidenheim ist also, ah okay, die kommen aber zurück. Haben 74 Punkte, sind hinter Hertha vor Hamburg und damit geht es für die nächstes Jahr wieder hoch. Also lass uns doch ganz gut schauen, haben wir Trainer des Monatspreises? Einen. Bisschen besser performt? Okay, einen für dich, null für mich. Ihr könnt natürlich weiter fleißig mitzählen gerne. Ihr habt ja die Punkte jetzt in der Liga und auch im Pokal gesehen. Ansonsten statistisch betrachtet hat Sommer siebenmal die Null gehalten. Ja, leider einer mehr als Bruno. Okay, das heißt die meisten Vorlagen hat da bei dir wer noch? Beino Gittens acht. Dann habe ich nur sechs. Jan Kuto oder wie auch immer. Oh, endlich, Ermedin Demirovic, 24. Ja, bei mir ist es auch Ermedin Demirovic, allerdings mit neun weniger. Der hat nur 15 Tore gemacht, was trotzdem richtig gut ist. Was hat er für ein Rating bei dir? Äh, 83. Ja, das hat er bei mir auch, okay. Okay, stark, stark, stark. Mal gucken, was noch geht. Ja, genau, gucken, was noch geht. Passendes Stichwort. Jetzt dann auch in Saison Nummer drei. Wir werden wahrscheinlich wieder zusammenbleiben. Mal gucken, was für Änderungen noch passieren. Noch so ein paar Baustellen haben wir. Ich glaube, es ist aber gar nicht mehr viel, durch das das im ersten Jahr schon der große Umbruch bei Dennis und auch bei mir passiert ist. Lassen wir uns überraschen. Die Champions-Sieg ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Habe ich noch eine Sache abschließend erwähnt? Natürlich, sehr gerne. Betet für mein Spiel, dass es nicht abstürzt. Danke, Leute. Ich küsse eure Herzen. Wir sind wie vorhin schon mal angesprochen wieder zusammen. Ja, also Dennis hört jetzt, was ich auch sage. Ich habe 148 Millionen auf dem Konto. Habe Spieler verkauft, ja. Mit 57 Millionen bin ich reingegangen. Ich habe jetzt mal eine neue Taktik überlegt, ja. Guerra hier 73 Millionen zu Juve, Barreiro-Martins 29 zu Inter. Bedeutet jetzt, ich hole aber nicht zwei neue zentrale Mittelfeldspieler, sondern es gibt eine Änderung in der Formation. Und ich spiele im 4-1-2-1-2 breit. Heißt aber trotzdem, linker Außenverteidiger, linker Flügel, das gleiche auch auf der anderen Seite. Und dann werde ich schauen. Sergio Gomez natürlich auf die 10. Wir brauchen dann also einen neuen Sechser. Und wir brauchen einen neuen Stürmer. Denn neben dem Mirovic will ich dann also einen neuen typischen Stürmer dazuholen, dass wir in der Doppelspitze vielleicht ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen. Und das vielleicht dann genau der Weg ist in Richtung Champions League. Heißt also neuer Stürmer, neuer Sechser und mehr wird es dann auch nicht sein. Transferverhandlungen waren perfekt. Ihr seht es jetzt hier. Wir treffen uns in irgendeinem Restaurant und dann kommt er da. Nicolo Rovella. Ja, der ist hier bei Juventus Turin auslaufender Spielervertrag. ZM wird bei mir als Sechser geplant und geht wohl, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, auch plus eins nach oben. Kommt von Juve. Ist ja für 36 Millionen ein absoluter Schnapper. Ich wollte eigentlich tatsächlich noch Zierk zättern als neuen Stürmer. Der aber würde nur 60 Millionen kosten. Und wir haben noch ein bisschen was über 100 Millionen. Weshalb wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Rovella ist jetzt auf jeden Fall mal perfekt. Und dann wird bei Dennis was gehen. Und dann zählt er wahrscheinlich auch wieder mich. Hoffentlich mit einem richtig geilen neuen Stürmer. Bei Chris wird es Nicolo Rovella bei uns bzw. mir. Ich hatte auch erstmal Rovella gerade schon auf die Wunschliste gepackt, wo er ihn schon gefühlt fertig gemacht hat. Deswegen hole ich jetzt wen anders. Douglas Luiz mit ein bisschen mehr Gesamtstärke. Mit 84 Potenzial zwar nicht vorhanden, aber ich finde den eigentlich in der Realität gerade unfassbar krass. Und vielleicht können wir noch ein bisschen mehr als die 84er Gesamtstärke aus dem rausholen. Es geht ja auch erstmal darum, die Champions League zu erreichen. Doppelpack in Sachen Transfers. Doppelpack von Juventus Turin. Neben Rovella ist jetzt also Dusan Vlahovic da. 88. Der ist 24 Jahre jung. Kostet uns 84,6 Millionen. Auch hier profitieren wir von einem auslaufenden Spielervertrag. Der zweite Neuzugang. Wir sind damit fertig. Dennis hört es ja parallel auch. Und er weiß natürlich auch, dass jetzt er am Zug ist. Denn danach geht es dann auch schon ins Ende der dritten Saison. Beide international. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin fertig. Dennis aber noch nicht. Renato Tapia wird verkauft. Geht nach Italien. Um genau zu sein zur AS Roma. Die ja der gute Chris ja auch bekanntermaßen an seinem Herz geschlossen hat sozusagen. Dafür kommt Liga-Intern vom FC Bayern. Dario Upamecano. Der hoffentlich hier bei uns zur Bestleistung kommt. Wir wollen den RB Leipzig-Upamecano und nicht den FC Bayern-Upamecano. Ein weiterer Innenverteidiger soll natürlich kommen. Denn auch Adara Bayo hat den Verein mittlerweile verlassen. Neben Tapia auch. Und dafür kommt Nico Schlotterbeck. Wie gesagt, auch wie Upamecano. Liga-Intern. 25 Jahre alt. 85er Gesamtstärkung. Genau das, was wir brauchen, wenn wir die Champions League gewinnen wollen. Und zu guter Letzt noch ein kleineres Upgrade. Also so klein ist es nicht. Vier Gesamtstärken auf der Keeper-Position. Wir haben Renault verkauft. Und dafür kommt David Reier zurück von seiner Leihe. Wieder bei Brandford. Das ist ja am Anfang an Arsenal verliehen. Vertrag läuft aus. Und ja, 84er Gesamtstärker anstelle von der 80er von Renault. Am Ende der dritten Saison. Und bei uns geht die Sonne auf. Es sieht richtig gut aus. Platz 3 für den FC Augsburg in Saison Nummer 3. Champions League also in Saison Nummer 4. Und vielleicht ist das dann ja auch schon unsere letzte. Geht es für dich da auch hin? Yes. Also auch exakt gleich Platz 3. Wie viele Punkte hast du auf dem Konto? Ich habe tatsächlich nur zwei Punkte mehr als im Vorjahr. Ich habe 66. Ey, okay. Nicht schlecht erstmal. Damit wärst du Vierter bei mir auch. Also Champions League so oder so. 71. Punktgleich mit Platz 2. Zwei Punkte hinter den Bayern. Ich hasse es manchmal. Ja, es ist schon echt bitter. Aber trotzdem. Sieht wieder richtig gut aus. Also Leipzig auf Platz 2 hat auch 71. Bayern hat 72. War also eine recht enge Angelegenheit. Wäre doch schlimmer bei dir gewesen mit meinen Punkten. Oh mein Gott, ey. Gut, es ist halt so. Hertha hat 16 mit dem Abstieg. Hamburg hat 18. Und ansonsten ist es echt eine brutale Dichte. Also muss man echt dazu sagen. Platz 10. Übrigens Dortmund bei mir. Platz 10, ja. Mit 51 Punkten. Und dann. 51 Punkte als Zehnter? Ja, genau. Das ist so die Dichte, die bei mir war. Zwei Punkte mehr werden die einfach Sechster. Ja, und wir auch. Zwei Punkte mehr werden sie siebter bei mir. 53 auf Freiburg. Ja, das ist echt krass. Aber gut, ey. Champions League. Geil. Ich freue mich drauf. Wir waren ja auch schon international. Vorher aber ganz kurz im Pokal. Für mich sind da alle guten Dinge sind drei. RWE. Letztes Jahr, keine Ahnung gegen wen. Bochum oder so. Und jetzt gegen die Bayern. Dreimal in Runde 1. Also in der Einstiegsrunde für uns. Runde 2 dann für mich Endstation. Gewonnen hat übrigens unser Kryptonit. Union. Gegen Leipzig. Aber bei dir auch? Mhm. Gegen wen haben sie gespielt bei dir? Drei, zwei im Finale gegen Fürth. Ja, okay. Bei mir gegen Leipzig und hat im Elfmeterschießen gewonnen. Okay, krass. Das ist schon ein bisschen eher Union-like. Also ich bin eine Runde, glaube ich, weiter noch gekommen. Ja, gegen den HSV. Okay. Und dann habe ich gegen Magdeburg verloren. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann warst du aber auch in der Europa League. Yes, ich war auch in der Europa League. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe die Gruppe überlebt. Auch ohne Niederlage. 16 Punkte. Hatte im Achtelfinale natürlich direkt die Bayern. Wen auch sonst, Digga? Ja, Junge, da sind Rangers, Klub Brückes, Sevilla, Girona. Ich weiß nicht, Feyenoord, Alkmaar. Sonst wäre Anderlecht. Aber nein, ich kriege natürlich den einzigen Verein, der hier alles und jenes zerreißen wird, nicht mal am Ende gewonnen hat, die Bayern. Klar. Also bei mir war es in der Gruppenphase ganz, ganz schwierig. Ich habe drei Niederlagen, drei Siege, bin mit neun Punkten dann weitergekommen. Als Zweiter oder Erster? Nee, als Zweiter. Ah, okay. Krass. Ja, in der Vorrunde habe ich dann gewonnen gegen Manchester City. 5-4. Im Achtelfinale habe ich gewonnen gegen Alkmaar. Im Viertelfinale verloren gegen Sevilla. Okay, ich wollte schon sagen gewonnen. Ich kriege es im Achtelfinale einfach, AZ Alkmaar. Ich muss los, ich werde Erster und ich werde nur bestraft dafür. Wie kann man überhaupt Erster werden in der Europa League und dann einfach Bayern überhaupt als Ding haben? Wie kann Bayern überhaupt Dritter werden in der Champions League? Ja, das ist echt ganz, ganz mies. Naja, das ist egal. Der Monatspreis aber, Dennis, habe ich diesmal einen tatsächlich. Oh, okay. Ja, gut, aber du könntest safe auch einen haben. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Oh, zwei sogar. Okay, sehr, sehr stark. Also zählt ruhig gerne weiter die Punkte für Dennis hier zwei in der Europa League. Für mich gibt es, glaube ich, vier in der Europa League. Spiele ohne Gegentor, das muss, glaube ich, an dich gehen, denn vier ist das passende Stichwort, was bei mir Jan Sommer gehabt hat. Ja, ich komme aber auch nur auf sieben. Was hat überhaupt Sommer noch bei dir für ein Rating? Der hat noch eine, warte, lass mich ganz kurz schauen, 82 noch. Aber der wird jetzt dann ausgetauscht auf jeden Fall. Ja, für drei Jahre hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Vorlagen ist dafür bei mir ein Trauerspiel. 6, 6, 6. Also der Teufel ruft. Stark. Da habe ich zwölf bei Baranexia und die meisten Tore, das ist... Das hat sich bei mir auch ein bisschen zu doll aufgeteilt. Vielleicht könnte es aber an mich gehen, 27. Ich habe 30, du sagst... Ja, Mann, ich habe 220 noch danach. Kucho Hernandez und Douglas Luiz als Achter. Einfach 17 Tore in der Bundesliga. Das ist echt krank. Also ich habe Dela Vega noch mit 16, ich habe Demirovic mit 17 und auch noch 11 Vorlagen. Flachovic hat aber 30 Tore, null Vorlagen. Der war einfach nur fürs Tore schießen da. Und dementsprechend war das ganz gut. Unsere Mannschaft ist auch mehr als ganz gut. Es gibt wahrscheinlich jetzt noch so zwei, drei Stellschrauben maximal, die man anpassen muss, anpassen wird. Das seht ihr natürlich wie gewohnt gleich wieder. Ich brauche einen neuen Torwart, neuer Zehner, neuer Innenverteidiger gegebenenfalls auch noch. Das seht ihr aber wieder in der Konferenzschaltung, wo Dennis und ich aber eigentlich gar keine Geheimnisse zu verheimlichen haben, weil wir einfach alles zusammen machen werden. Neue Nummer 1. Jan Sommer beendet am Saisonende seine Karriere. Wird also noch ein Jahr Nummer 2 bleiben. Dafür kommt jetzt aber Alisson für nur 27 Millionen, 32 Jahre alt, fünf Jahre jünger als Sommer, hat ein 89er Gesamtrating und dank einem auslaufenden Spielvertrag ist der natürlich extrem günstig. Bei Chris kommt Alisson, bei mir ist es Ederson, ohne Auslauf dem Vertrag, bisschen jünger glaube ich auch noch, auch 89er Gesamtstärke. Wir tauschen Raya ein, der uns nach einem Jahr wieder verlässt, zahlen nochmal knappe 30 Millionen um drauf und haben damit ja auch eine 89 im Tor jetzt. Nachdem einmal Alisson und einmal Ederson neu in unseren Teams jeweils sind, also einer bei Dennis, einer bei mir, kommt jetzt der neue und wahrscheinlich mitbeste Innenverteidiger überhaupt. Das ist natürlich Ruben Diaz. Hat eine 90, 29 Jahre alt, auch er mit einem auslaufenden Vertrag. 100 Millionen Marktwert. Wir zahlen 18,5 Millionen weniger als der Ursprungsmarktwert und haben somit jetzt nach Verkauf von Beraldo einen neuen Innenverteidiger neben Brunthwaite und brauchen jetzt noch einen neuen Spielmacher. Denn Sergio Gomez hat den Verein auch bereits verlassen. Nachdem also in dieser Transferphase Ederson von mir, Ruben Diaz von Chris verpflichtet wurden, kommt jetzt noch ein Spieler von Man City. Es ist vielleicht der beste Spieler in der Realität gerade. Und zwar Rodri. Einfach der MVP schlechthin bei Manchester City. Wenn der Mann auf dem Platz steht, dann werden keine Spieler einfach verloren bei Pep und City. Wahrscheinlich auch jetzt hier die nächste Meisterschaft mit ihm eben auch. Der Bruder als Sechser. Einfach 20 Scorer, 20 Torbeteiligungen in der laufenden Saison. Unfassbar krass. 92er Gesamtstärke. Let's go! Liga-interner Transfer. Vom einen Spanier Rodri geht es jetzt zum anderen. Von RB Leipzig wechselt Dani Olmo. Also jetzt hier zu uns zum FC Augsburg. Und damit sind wir fertig. Komplettieren beide unsere Sommertransferphase. 4.0 müsste das sein. Spielen beide auch in der Champions League. Und schauen da natürlich gleich mal, wie es gelaufen ist. Wir werden uns jetzt nicht mehr zusammensetzen, denn ihr habt die Transfers natürlich schon gesehen. Dennis meine, ich auch seine. Und wir gucken mal. Wir simulieren jetzt mal im Kalender. Soll es dann irgendwann richtig spannend werden und wir wären in der Champions League recht weit. Melden wir uns auf jeden Fall wieder. Wenn das Potenzial dazu haben, wir auf jeden Fall. Verstecken brauchen wir uns beide nicht. Wir starten rein. Vielleicht in ein allerletztes Mal jetzt die ganzen Wettbewerbe durchschauen. Denn, ähm, ja, ich verrate es noch nicht. Aber gleich dazu mehr. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mit Abstand die meisten Punkte, die ich bisher einfahren konnte. Also neun mehr als letztes Jahr. Da hatte ich 66, jetzt habe ich 75. Und das reicht tatsächlich auch für die Meisterschaft. Ähm, damit ist der FC Augsburg deutscher Meister. Dennis, kannst du das gleiche auch vorweisen? Ich kann das gleiche vorweisen. Fünf Punkte mehr sogar als du. Kleiner virtueller Schwanzvergleich. 80 Punkte, 14 vor Leipzig. Die sind Zweiter geworden. Äh, Bayern auch mit 56 Punkten mal easy Vierter geworden. Ähm, ja. Also die Bundesliga lässt so ein bisschen nach, würde ich mal behaupten. Ja, aber es ist doch trotzdem geil, dass wir jetzt beide vielleicht zum Abschluss auch nochmal hier die Meisterschaft geholt haben. Im DFB-Pokal gewinnen die Bayern. Und ich bin ein erstes Mal weitergekommen als Runde 2. Da habe ich nämlich gegen Darmstadt gewonnen. Ich habe dann gewonnen in Dresden, dann gewonnen gegen Freiburg. Und dann im Elfmeterschießen leider nach 2-2 zuvor gegen den VfL Wolfsburg auszuscheiden, die dann gegen die Bayern verloren haben. Okay, ich bin eine Runde weitergekommen. Runde 3 gegen Lautern ausgeschieden. Okay, also ich glaube, ich hole so ein paar Punkte auf. Also zuletzt, glaube ich, warst du in Sachen Punkten auf jeden Fall vor mir, hätte ich gesagt. Wenn man denn Punkte zählen würde. Aber naja, es geht ja jetzt viel mehr um die Champions League. Und genau das ist das, was ich schon mal so ein bisschen angeteasert hatte. Wir stehen beide im Champions League Finale nach erstmaliger Teilnahme. Aber ich meine, okay, es gehört irgendwo immer Glück mit dazu. Und wenn ihr gleich unsere Werdegänge seht, dann wisst ihr, dass es mit Glück gar nicht so viel zu tun hatte. Denn wir hatten gefühlt die mitstärksten Mannschaften, die man bekommen kann. Wirkliches Glückslos gab es nicht. Und wir haben eben halt auch Mannschaften, wo das jetzt nicht ganz so überraschend kommt. Ich hatte eine Gruppe. Dennis, da können wir vielleicht mal durchgehen. Mit Atletico, mit dem Ercelon und mit den Young Boys. Ich habe alle sechs Spiele gewonnen. Stark. Also ich hatte Arsenal, Rangers, Galatasaray. Arsenal war mein Kryptonit, habe mich zweimal geschlagen, leider Gottes. Und dann Platz 2 mit 12 Punkten. Richtig. Nee, 10 an der Zahl. Ein Unentschieden auch noch eingefangen zum Ende. Aber das hat trotzdem locker gereicht. Vier Punkte vor den Rangers. Das ist ja das Wichtigste. Solange das reicht und wir stehen im Achtelfinale, was ja geklappt hat, das sehen wir dann auch hier. Ich hatte dann Manchester City. Und ich habe im letzten Jahr in der Vorrunde der Europa League schon gegen City gespielt. Und habe da schon genau das gleiche Gesamtendergebnis abgeliefert. Ich habe 5-4 gewonnen gegen die Citizens. 5-4, krass. Okay, ich hatte Liverpool. Da haben wir auch drüber geredet. Augsburg-Liverpool gab es ja auch mal in der Europa League. Schon zig Jahre her mit ganz anderen Spielern noch, Trainer und so weiter. Klopp gerade angefangen gefühlt bei Liverpool. 4-2. Gewinnt da aber der FC Augsburg. Ich glaube, in der Realität ist ja Liverpool damals ganz knapp weitergekommen. Ja, genau. Da war irgendwas. Also Liverpool waren wir auch im Achtelfinale. Die haben auch gegen ein deutsches Team, gegen Leverkusen gespielt. Haben einfach 4-1 verloren im Achtelfinale direkt. Dann Viertelfinale. Ex-Verein kaputt. Viertelfinale hat Arsenal. Ja, Arsenal, mein toller Gruppengegner. 2-1 in der Gruppe verloren. Jeweils heim und auswärts. Und aber zum Glück hier 3-0 das Rückspiel gewonnen. Das war der Key to the Kingdom sozusagen. Okay, das ist sehr, sehr stark. Ich habe 3-2 gegen Paris gewonnen. Hinspiel im Park de Prinz 2-1. Und dann das Rückspiel in der BBK-Arena war ein 1-1. Parallel gab es hier richtig geile Duelle. Abgesehen von uns, also Augsburg gegen Paris, waren es immer jeweilige Länderduelle. Real gegen Atletico, Derby, Leverkusen gegen Bayern und Juve gegen Inter. Also ganz geil. Im Halbfinale damit dann 2 deutsche Teams. Und da habe ich dann mein erstes direktes deutsches Duell gegen die Bayern und habe mich mit 2-1 durchgesetzt. Und du gegen... Ja, ich hatte ja immer 3-2, andere Spiel, Paris, Barcelona. Ey, Krise des Todes. 4-4 gesagte Ergebnis. Wow. Und dann gewinnen wir aber. Elfmeterschießen gegen die Königlichen, die eigentlich die Weltmeister sind in sowas. Wir haben es ja gesehen gegen City. Jetzt auch vor kurzem im Viertelfinale. Ja, Finale jetzt gegen Paris Saint-Germain bei mir. Die haben sich gegen Barca durchgesetzt. Und ich habe ein bisschen Angst vor Mbappé, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen bessere Karten. Aber man darf ja eh keinen Gegner schon gar nicht in einem Champions-League-Finale auch nur ansatzweise unterschätzen. Ich muss aber gegen Inter ran. Ja, Digga, ich unterschätze die komplett. Du wirst die wegmachen, ganz ehrlich. Ich hoffe. Aber Inter hat hier einfach gewonnen gegen Real. Die haben gewonnen gegen Juve und gewonnen gegen Arsenal. Ja, okay, das ist auch immer. Die sind nicht ohne Grund im Finale. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Bevor wir aber gleich dann noch in die parallele Simulation reingehen, lasst uns doch ganz kurz schauen. Trainer des Monatspreises. Habe ich eine 3 vorzuweisen in diesem Jahr. Okay, das ist stark. Ich kann dagegen eine 0 vorweisen. Ja, okay. 80 Punkte geholt. Kein Trainer des Monatspreises. Logik mal wieder nicht vor. Einfach deutscher Meister geworden mit noch mehr Punkten als bei mir. Und vor allem jetzt vielleicht sogar gleich das Double mit der Champions-League-Sieg. Ja, egal. Sei es drum. Muss man nicht verstehen. 2 Spiele zu 0. 6 Vorlagen übrigens von Ederson habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. 3 in der Champions-League, 3 in der Bundesliga und 4 Spiele zu 0. Also ich habe auch 2 Vorlagen bei alles und ich habe 17 Spiele zu 0 bei ihm. 17 ist stark. Egal, 6 Vorlagen zählt quasi. Das sind sozusagen 30 Spiele zu 0. Das ist echt brutal. Viele Leute meinten, wir sollen das mit reinnehmen, aber ich weiß halt nicht, was wir da mit reinnehmen sollen. Und das ist ja eh so ein Faktor, den man kaum bewerten kann. Mal gibt es Vorlagen, mal nicht. Vorlagen ist ein gutes Stichwort. Rudri ist bei mir, der mit den meisten mit 13. Ah, habe ich einen weniger, habe ich 12. Ja, let's go. Tore bei mir auch wieder ein bisschen sehr aufgeteilt. Demirovic 18, Kucu Hernandez 22, Douglas Luis 23. Ja, okay. Ich habe 20 Olmo, 21 Demirovic, 26 Vlahovic. Ja, Vlahovic. Das ist auch ein richtiger Goalget. Hat er überhaupt mal wieder, hat er eine Vorlage gemacht? Ich glaube, diesmal hat er ein paar gemacht. Lass mich ganz kurz schauen. Statistik, ja, zwei Vorlagen. Demirovic 21 Tore, sechs Vorlagen. Hat eine 87. Aber wir gehen gleich, würde ich sagen, noch ganz kurz auf die Ratings ein. Safe. Oder wollen wir das jetzt machen und dann erst ins Finale gehen? Nee, lass erst mal ins Finale gehen. Okay. Wobei, vielleicht, wobei, Trümmerbruch, vielleicht, na, verlorene Finale. Nein, lass jetzt die Mannschaften vergleichen. Alles klar. Dann kommen wir aber ganz kurz rein. Auf der Torhüterposition. Ederson gegen Alisson. Ich habe eine 90. Ich habe auch eine 90. Okay, stark. Dann Viererkette bei dir? Viererkette, yes. Habe ich Kerkis 87. Schlotterbeck und Pamecano auch 87. Tetzel leider der Schlechtste mit nach 85. Okay, ich habe Kerkis auch 87. Ich habe Brunfraith 87. Diaz 91. Und Kuto, oder Kuto, wie auch immer, hat eine 88. Ah, okay, auch stark. Dann Dreier-Mittefeld. Rodri 93. Rikki 90. Douglas-Louis 87. Ich nehme Rovella. Ich nehme Barenexia und Dela Vega. Und die haben alle eine 89. Okay, stark. Dann Dreier-Angriff bei mir. 88, Demirovic 88 bei Nugittens. 91, Kuto Hernandez. Ja, okay. Demirovic ist echt krass, dass der bei dir einfach eine 88 hat. Bei mir nur, in Anführungszeichen, eine 87. Boah, viel, viel schlechter. Der kann ja geradeaus gehen bei dir. Aber was hattest du am Anfang gesagt? Der hat ein 81er Potenzial ursprünglich. Ein 80er Potenzial. Also richtig durch die Decke gegangen. Das seht ihr mal, was passieren kann, wenn man auf die Spieler setzt. Olgo noch mit einer 88 und Vlahovic mit einer 91. Ja, okay, stark. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen sehr ausgeglichen. Kleine Vorteile bei mir, kleine Vorteile bei dir. Gerade so ein Dia schon so, der holt da natürlich nochmal ordentlich Rating raus mit so über 90. Aber ja, beide Mannschaften vollkommen verdient im Champions-League-Finale, soll man sagen. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, da können wir jetzt dann auch gleich rein, oder? Ja, safe. Sehr, sehr gerne. Also, komm schon. Let's go. Bevor wir jetzt dann gleich reingehen, zwei Dinge. Erstmals, wir schauen jetzt dann auf unsere Gegner. Und der zweite Punkt kommt gleich erst danach. Also Dennis, ich nehme schon mal vorweg. Ich weiß es ja nicht. Aber irgendwie sehe ich mich gegen Inter als absoluten Top-Favorit. Ja, aber was habe ich denn gesagt, Digga? Willst du mich verarschen? Ja, aber ich meine, die sind ja nicht zu Unrecht irgendwo da, ne? Aber die haben Chevalier im Tor. Wir haben De Vrij, Bastoni, Scalvini. Dann haben sie Adeyemi, Gnabry, Kötschi, Agumé, Gavi, Lautaro und Brian Brobey. Ach Gott, Alter. Okay, ja, ich habe einmal Mbappé, vor dem ich Angst habe bei Paris. Aber, meine Freunde, ich habe auch Angst vor Robertson als Linksverteidiger. Im Dreier-Mittelfeld bestehend aus Vitinha, Bernardo und Gavi. Und vorne spielt neben Mbappé auch Phil Foden und Takefusa Kubo. Ich habe noch nie gesehen, dass Phil Foden Man City verlassen hat in einer Karriere. Bestimmt, ja. So ein 1.000 Karriere-Simulationen aufgenommen bis 2048 oder so. Der ist da immer noch bei City. Hier nicht. Ja, Digga, ich muss los, Alter. Also, ich habe genau das, was ich denke, passiert. Paris ist der Favorit und bei dir ist halt Inter, Digga. Die wissen nicht mal, wo links und rechts ist, ey. Hör mal auf. Ja, safe. Ich bin auf Schnell-Simulationen drauf, mein Freund. Crazy. Ja, genau. Das ist jetzt der nächste Punkt. Dennis und ich haben uns jetzt vorgenommen gerade eben. Wir haben uns ganz kurz besprochen, dass wir keinen Mucks von uns geben. Wir drücken gleich einfach auf Schnell-Simulationen. Dann ist es erstmal kurz ruhig. Und dann werden wir so versuchen, uns so ein bisschen ranzupirschen durch so einzelne Fragen. Vielleicht, wie viele Chancen hatte man? Wie viele Tore sind die Gesamtpaket passiert? Und dann gucken wir mal. Bist du links oder rechts, Bro? Ich bin links. Okay, ich auch. Junge, ist es bei dir auch so im Play-Stadion? Nee, Stadio et Metropolitano. Aha, okay. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch. Also ich zähle von drei runter und dann erstmal ruhig, okay? Gut. Oh nein, Junge, was machen wir? Drei, zwei, eins. Let's go. Mhm. Mhm. Steht dein Ergebnis? Ja. Also ich weiß ja nicht, wie viele Schüsse gab es denn bei dir mit beiden Teams zusammengerechnet? Zusammengerechnet hatte das Spiel sieben Schüsse. Meins hatte fünf. Fünf? Ja. Okay. Haben beide Teams ein Tor erzielt? Nee. Nee? Mhm. Okay, bei mir schon. Oh, okay. Sind es bei dir, ja gut, dann sind es bei dir wahrscheinlich drei Tore, die passiert sind? Kann das sein? Ja, also ich sage so viel. Es hat ein Team bei mir getroffen und das andere wiederum hat kurze Zeit nach diesem Tor in Elfmeter verschossen. Und du warst das Team, was den Elfmeter verschossen hat? Nee, ich war das Team, was das Tor geschossen hat. Okay, also du hast gewonnen? Mit 1 zu 0, ja. Okay, das heißt aber, das Ding geht unentschieden aus, weil ich habe auch 2 zu 1 gewonnen gegen Paris, Junge. Oh! Ey, was? Wie geil, wer hat die Tore gemacht? Beino Gittens, dann Schlotterbeck und Bernardo erst in der 89. 88. Minute zum 2 zu 1. Oh, let's go, Junge. Ey, bei mir war halt gar nichts los. 3 zu 2 Schüsse, 3 zu 1 Chancen, ein bisschen mehr Ball besitzt bei mir. Vlahovic in der 48. mit der Führung. Neun Minuten später verschießt Lautaro den Elfmeter zum Ausgleich. Oh, Junge, ey. Und damit... Das wäre ja wirklich nochmal anders bei dir geworden, Junge, mit irgendwie Verlängerung vielleicht oder so. Alter, da hätte alles wirklich passieren können. Aber ja, ey, richtig geil. Ja, Dennis, Glückwunsch an der Stelle. Also ich denke, wir können uns beide kaputtieren. Auch an dich, Junge. Safe, also das ist ja nicht krass. Einfach Schellbezüge. Das ist jetzt viertes Jahr, ne, mit Augsburg? Ja, viertes Jahr. Ich habe am Anfang predicted in meinem Kommentar, dass wir fünf Jahre brauchen. Also man muss hier schon nochmal dazu sagen, wir hatten ja echt schon auch richtig kranke Mannschaften. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben vom Gesamtrating unserer Mannschaft, die wir ja vorhin schon vor dem Finale verglichen haben, wie das da aussieht. Aber dass dieses beide vor allem im ersten Anlauf in der vierten Saison mit Augsburg schaffen, ich glaube, das hätte so niemand prediktet. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Safe, 100%. Richtig, richtig geil. Aber David, sind wir jetzt offiziell am Ende angekommen und es war mal wieder ein richtig geiler Showdown. Man musste nicht irgendwie snipen, man konnte komplett alles in die Waagschale werfen und wurde dafür recht früh jetzt dann auch belohnt. Wir hoffen, euch hat das ganze Thema gefallen. Wenn ja, dann lasst super gerne natürlich einen Daumen nach oben da. Positive Bewertungen, ja, ein Kommentar für den Algorithmus. Genauso auch weitere Vorschläge für STG Showdowns, Teamvorschläge, vielleicht auch Challenges und so weiter und so fort. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Checkt das Video bei Dennis ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Der darf gerne jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, denn der hat das Schlusswort für euch. Yes, Leute. Checkt gerne auch den ersten Link in der Beschreibung aus. Da geht es zu meinem Video bis zum Champions-League-Sieg mit dem VfB Stuttgart. Ist auch die erste Aufnahme gewesen. Das heißt hier das Ganze, die zweite Aufnahme eben. Ich fand es auch super geil, gerade dieses Nicht-Reagieren auf das Ergebnis. Also das ist glaube ich eine Sache, die wir vielleicht immer einführen in diesen speziellen Showdowns bis zum Champions-League-Sieg. War super witzig. Und ja, war auch insgesamt ein sehr geiles Video. Wie gesagt, auf meinem Kanal, wenn ihr rüberkommen seid, Liebe da lassen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Hoffentlich. Ohne es zu versprechen. Aber sobald, ja, solange ich mir nicht irgendwas reiße oder wieder breche, dann sollte es klappen, Freunde. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass ich nicht den Usman Demelé mache. Und als nächstes der Muskelfaserriss dran ist. Wenn das nicht passiert, sehen wir uns nächsten Sonntag. Heidi Alla, Tschüss.